hallo und herzlich willkommen youtube bei uhr eurer tour de twiles folge nummer 9 und wir fangen einfach jetzt an weil der smaka ist noch eine rauchen und wir fangen einfach jetzt an aufgeschissen kann ja auch von mir sein fappen wozu fappt ihr schreibt so in die kommentaren ja ich brauche mal ein paar neue seiten auf den freien mann da schreibt ihr bitte wenn ihr jetzt das video bei mir sehen sollte geht bitte bei fessler im kanal und zwar die kanäle voll mit irgendwelchen form seiten oder so ein scheiß aber nur gutes zeug also nicht hier irgendwie two-girl-one-cup scheiße und auch kein christ erst mal vom frede so eine ganze liste alles nur viren verseucht aber kein tierporn stehe ich auch nicht so drauf alles andere ist okay ja start jetzt mal hier schmarki setzt aus ne runde von mir aus gern so wir machen ein ding wenn ich letzter werde kann sich wirklich samba und zwar mit schmarki zusammen und da der schmarki ja in der vorherigen folge schon gesagt hat dass er kein problem damit hätte die frau zu sein tanzt er im bikini daumen hoch also ohne flachs wenn du den smarki dazu überredet christ beteilige ich euch an der einnahme dass das auf meinem kanal hochgeladen wird dann kriegt ihr davon 80 prozent das wird ein tanz so jetzt muss man noch auf dem smarki der muss einfach noch mit jahr reinkommen ja ja weit mann zeil man meint ihr textet ja jetzt leicht wieder so viel wie in der letzten folge ne im leben nicht außer wenn er gewinnt tiefer gelegt doch schmarki läuft ja ein bisschen hier ne so bist du ja wunderbar tach tach und los ach schon schon mittendrin ich schon an ja weit man sei meine freunde ich setz dich aus ich setz dich aus wollen schmarki adoptieren schreibt sie die kommentare wollen sie bestimmt ich kann mich gerne mieten ausklar oder ich mache ich alles alter ja da haben wir das problem ja schon gelöst was für ein fufi machst du alles ja alter ich kriege wieder ddf für ein fufi macht er alles schreibt machen die kommentare was er denn für ein fufi machen könnte die kommentare werden diese runden aber aus den nähten platzen also den fufi den investiere ich dafür ja ja ihr dürft nicht wie wir dürfen nicht nur die abonnenten die abonnenten dürfen ja ich zahle die abonnenten schlagen vor du willst du nicht im abonnent geld aus der tasche ziehen oder doch okay will ich schon mal meckes einladen lässt von dem abonnenten wohl und feuer baby und feier das fällt dann aber kurz eng ist ein begriff ja schön in sechs punkte krieger folglich im flieger google 3 weiß noch dass ich beim letzten mal mich richtig schön abgeschossen noch da kannst du heute noch machen die mustern dran glauben ja auch klar da fliege ich das ist auch wirklich ein scherz ich wollte rundherum noch mal nicht was du groß gemacht was hat der schmack ja nicht groß ja ich frage mir auch sich selbst ich habe gar nicht so viele kontrolle im sekundentakt schleudern ja mach doch vor dem mal ein mit so einem gummi band das sind immer wieder zurückliegen mit so einem gummi band kann es ja ein smilz bild vom spark hier auf den kontroller kleben das ist noch erwartet so nach mutter aus kann ich nicht bezahlen oder sowas ne was ist das denn für ein fick hier das video ist ja freilich sagen das ist einfach schlecht oder macht der ninja's drei ne fick dich oh mein gott ne komm schon hallo 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 schmacki alter finne die finden sind jetzt auch schon da schweden albaner griechen türken alter albaner habe ich auch noch nie gehört es als war harte albaner ich muss mehr fluchen man wenn der krieger so flucht kann ich nicht konzentriert fahren kann ich nicht konzentriert fahren kann ich nicht konzentriert fahren äh wieso dreck schmacki noch punkte kriegt ich bezweifle dass der schmacki noch punkte kriegt ja jawohl alter das war meine da ist er zweiter mein lieblings im rap ja ja war nix ist keine falsche das ist die reine wahrheit hat weiß marki ist ja die fotze das ist der wachreiz mit den fuffi investiere ich dafür zeig ich sogar ein huni für das video soll ich irgendwann mal was mit pro 7 oder so machen wenn ich das video als aller erstes zeigen ich tanze im bikini und zwar samba alter vor die bitte nicht so mal ordentlich brüllen schon zwei fehler haben bei der hälfte schlechtes was magi heute schlechtes was sind mittlerweile nicht mehr da kommt der fritzel jawohl ein fehler kriege kein fehler kriege ein fehler kriege blutpissenden hafenhuren war das schon letzte nähe jetzt sind noch vier maps oder das anhalter guck dir das an alter dieses auch krisinho dieser spaß die weise es gibt es gar nicht was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen dass du ihr jedes mal 37 37 38 punkte macht das ist wirklich nicht schön krisinho man muss auch gerne können das macht noch kein spaß mehr doch muss aber die fresse halten hier den spaß das ist die letzte runde der normalen tour de twiles zum glück haben wir die scheiße entliegen da und meine fresse ging mir alles auf den senkel ja die andere scheiße liegt auch noch vor uns ach du kacke ja klasse hast du gedacht kannst schon wieder facken gehen ich habe schon lange ausgepackt der fährt echt schon langsam wieder ein ja solche wieder bild schicken bitte da wirst du auch schon worauf der fessel momentan hier ist ja sie sehen mal abends morgenstern hier getroffene ja leck mich nicht mehr da nicht ist der dunkel geworden vom kolben wirst du los mein fehler du schlampe guck mal deine hände ja guck mal meine hände die sind größer wie deine damit kommst du nicht in die ecke ist leider nicht ideal deswegen hast du dir anstatt den ersten blatt auf den vierten gesicht der grätschern dazu 30 jahre weiter was dann auf dem popst du willst wie viele Das wird mich jetzt ärgern so kurz vom Ziel. Vorsicht, der kommt aber schon grün. Nice run, Crissinio. Ja, reißte ich ein, ohne Fehler. Guck mal, aber immerhin kommt er noch ins Ziel. Hat er sich schon umgeschaltet? Nein. Nein, hab ich nicht. Ich glaub, seine Aufnahme ist gleich kaputt. Meine Instruktion ist grad zu laut. Nein! Wie kann man da hinfallen, du Spaß? Mir scheißegal. Ist mir sowas von kackegal gerade. Maa. Weckfallen. Shit. Yay, nochmal hingefahren. Doch nicht. Boah, der war gar gerittet. Guck mal, der Krieger hier. Jetzt macht er einen auf Hardcore. Boah. Hat er gesehen? Oh. So langsam muss ich was tun. Ich dachte, wird's feinlich. Ich dachte, wird's feinlich. Ich hab mich gedreht. Ich hab mich gedreht. Ich hab mich gedreht. Ne, scheiße, ich hab meinen Arsch gedreht. Ach. 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 Na egal. Egal. Scheißen wir drauf. Nächste Runde. Ach, die Willkrise. Boomsfall. Ach. Ach. Der Krieger geht ab jetzt. Er weiß auch wieder, wie die Maps gehen wir auf einmal. Die ganze Zeit so getan, als ob er nichts kann. Hat er aber gut hingekriegt. Dann kommen sie wieder hier. Pimmel, Backe und Bommel. Ach. Ach. Ach, scheiße. Was ist los? Ach, scheiße. Wenn du kriegst. Kimmel, Backe und Bommel. Ach. Ach. Was ist mit dem Krieger da? Ach. 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 Vessel 36. Ja. So, wie es sich gebührt. Eigentlich, vom Wert her, eigentlich war es eine gute Runde, ne? Eine sehr gute Runde, ne? Also für 30, für den letzten, ist auch okay. Okay. Es war schon deutlich schlechtere Runden dabei. Ach. 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 So, und das war es mit dieser Folge. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Gutschuss. Euer Kommander Krieger. Warum nur Schiller, ich vor dir bin. Wette nicht. Mit armen Menschen. Feiges Schwein. Die sind sehr, sehr Gutschuss. Tschüssi. Buchen vom Tisch. Warten einpacken. Damit sie nicht abfrieren. Ja.